Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die komische ist, ich habe mal wieder nicht meinen Account gekriegt bei Lords Mobile. Ich muss immer wieder von neu anfangen. Das ist doch kacke. Mensch, warum muss ich bei den Spielen immer wieder von neu anfangen? Ich habe schon mit Google Play verimpft, aber... Ich weiß es nicht. Naja, ich will auch nur die zehn Minuten, also viel weiter nicht. So gut, dann gucken wir mal hier. Die synthetische Sachen. Naja. Schauen wir mal. Schauen wir mal das hier. So. Ach. Ach! Ach, mach mach mal mit 3. Eigentlich finde ich das Spiel ja ganz gut, aber ich finde es doof, dass er mal meinen Account verschwindet. Wenn einer von euch weiß, wie man hier den Account sichern kann, dann kann ich mir ja gerne sagen. Ah, ich muss das hier reich machen, über Google Play. Alles aktiviert hat. Fertig. Das war's. 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 die Zwerge angreifen. Die Zwerge angreifen. Die Zwerge. Die Mauer ist gefallen. Die Mauer muss weg. Die Mauer muss weg. Die Zwerge angreifen. Schrei die Mauer. Baut die Mauer. Baut die Mauer. Baut die Mauer. Na ja. Ich muss noch ein paar heilen. Warum sind hier so viele Herzen? Abholen. 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 Starten. Ach da war noch. Eine Kiste. So. Zweite Runde. Ja. Angriff. Einmal gibt es diese Kämpfe hier. Und danach gibt es noch die Kampagnenkämpfe wo nur die Hellen kämpfen. Auch. Eine ganz schöne Sache. Da kriegst du ja immer mehr Helden dazu. Das ist das hier was ich meinte. Die Heldenkämpfe. Ich mach noch einmal den Kampf. Dann kämpft man halt damit die Helden direkt. Und dann gibt es noch die Angriff auf eine Weltkarte. Die können wir uns gleich auch mal anschauen. Das war jetzt eine Kampagnenkämpfe. Und dann geht es noch die Kampagnenkarte. Warum existieren wir? Und dann gibt es auch hier auf der Weltkarte. Blumen. Schon benutzt. Blumenbaum. Gut, dann gibt es hier auf der Weltkarte noch. Klick ich an und dann greife ich halt an. Diese Angriffe gibt es dann auch noch. Ich sammle da jetzt die Erze. Das ist eigentlich alles bei den Spielen. Also gibt es drei verschiedene Angriffsarten. Die letzte, das mag ich eigentlich nicht so gerne, solche Spiele. Aber ist ja irgendwie fast jedes Spiel. Ja. 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 Gut. Dein Rat hat einen Ring gereicht. Jetzt musst du ja auf einmal alles machen. Egal, 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 ja Leute, ich würde mal sagen, das war es dann auch für heute, viel weiter lohnt. Spielen lohnt sich nicht, weil ich weiß genau, am nächsten Mal ist der Kantor wieder weg. Dankeschön fürs Zuschauen, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann mit euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tinkt es auch gut und tschau tschau. Tschüss. 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 Tschüss.